Musik Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zirkus der Zauberei. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren tollen Darstellern und Tieren. Hier seht ihr den Clown Claudio, so lustig wie der beste Witz und der Löwe Leo, so wild wie der Dschungel. Musik Ich zaubere jetzt ein Löwen heraus. Ich zaubere jetzt das zweite Kaninchen aus. Musik Ihr werdet staunen. Jetzt kommen die Tänzerin Laura und ihr fährt Johnny in die Manege. Musik Laura so schön wie eine Prinzessin und Johnny so schnell wie ein Garnauto. Musik 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 Hier steht der unglaubliche Elefant Rosa. Musik 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 Manege frei für die Akrobaten Anja und ihren Tiger Olli. Manege frei für die Akrobaten Anja und die Akrobaten Anja und die Akrobaten Anja. Wir präsentieren euch den mutigen Feuerspucker Herr Schmidt. Oh nein! Manege frei für die Akrobaten Anja und die Akrobaten Anja. Manege frei für die Akrobaten Anja und die Akrobaten Anja.